Grüße, liebe Zuschauer, und zurück zu noch mehr Lass uns spielen Südpark, der Stab der Wahrheit. Und wie es sich gehört, sind wir natürlich im Fußboden. Alles andere wäre absurd. Behaupte ich mal. Oh, er hört mich, er hört mich. Nein, du hörst mich nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Aha. Randy? Randy? Bist du das? What the fuck, Randy? Drahtkleiderbügel, genau. Äh, Randy, das, äh, warum, äh, und so. What's going on? I, I'm just here for an operation. Oh, there you are, Doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, Doctor? Teehee? There's something fishy going on here. I think they might be Nazi-Zombies. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it! Oh, wirklich? Was? Oh, goodness. Ich klicke mit der linken Maustaste, wenn sich die Spritze über Randy's Eiern befindet. Wann macht, wann ist sie denn über seinen Eiern? So. Phew. Au, my balls! My balls, my malls! My favorite shopping malls! I'll close it five, Doctor. Can we please get this over with quickly? Oh, that's cold, that's cold. This is about as hot as I can get, Doctor. Okay, okay, do it. I'm ready. Oh, boy. I told you that thing is an Adoption. Oh, nein! Mein schönes Hasselhoff-Gesicht. Game over. Hallo, liebe Mormonen. Ich glaube, ich habe Randy ein Ei abgesaugt. Das tut mir sehr leid, Randy. Das probieren wir nochmal, oder? Und natürlich machen wir die ganze Szene nochmal von vorne. Sehr schön. Genauso mögen wir das nicht. So, Randy, altes Haus. Oh, der ist hier, ich bin jetzt hier für eine Operation. Ja. Oh, da bist du, Doctor. Ich bin bereit, wenn du bist. Jetzt hast du den Werspring gedrückt, Doctor. Ja, jetzt fangen wir nochmal an. Motherf... Hey, komm schon! Nochmal. Du, 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 du. Wir machen es wieder groß. Wir räumen die Schublade leer. Wir werfen wieder den Fötus um. Und dann gehen wir wieder zu Randy. Und... So, klicken wir mit der linken Maustaste, damit sich die Spritze über Randy's Eiern befindet. Ich kann Randy's Eier gar nicht sehen. Woher soll ich dann wissen, wann sie sich das für ein bisschen sind? So, jetzt. 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 Beim dritten Mal funktioniert es. Sehr schön. Ow, meine Balls! Meine Balls! Meine Balls! Meine favorite Shopping-Mall ist, ich close at 5, Doctor. Können wir das bitte kurz mitbekommen? Äh, ja, natürlich. Genau, Anusweiten. Das ist etwa so weit, als ich kann, Doctor. Okay, okay, mach's, ich bin bereit. Oh, shit. Watch the balls! Ich hab aufgehört. Was soll ich denn noch machen? Ja, und ich bin hinüber. Und ich darf es zum achten Mal spielen. Da, 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 da. Wir machen uns mal wieder größer. Randy, alte Socke, da bist du ja zum achten Mal. So, diesmal schaffen wir es aber. Nein, ich will... Da hin. So. Ja. Anusweiten, das macht immer wieder Spaß. Entschuldigung, ich hätte das aufwärmen sollen vorher. Halte die rechte Maus, das bedeutet, um Randy's Anus zu sagen. Stoppe, wenn du nicht der Spiegel erwischt. Ich hab... Ich... Was... Man hat gar keine Zeit, da zu stoppen. Man saugt und sofort ist Game Over. Mano, komm schon, ich will eine ordentliche Abtreibung durchführen hier. Gibt's doch gar nicht. Randy? Tut mir leid, dass du da zum hundertsten Mal durch musst, aber... Wir haben keine Wahl. Ähm... Klick. Ja. Ja, deine Lieblingsschöpfung. Manusweiten. Das ist so weit, wie ich kann, Doktor. Okay, okay, mach es, ich bin bereit. Watch the balls. Oh, wir haben es geschafft. Ja, absolut. Wir haben es geschafft. Ich hab eine Abtreibung durchgeführt. Okay. Randy? Äh, Randy? Ich verstehe warum. Armer Randy. Oh, oh. Sie zum Sprechen zu bringen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh! Das ist das Widerundo, was man sich vorstellen kann. Was ist das, alte Sau? Gut, dich zu sehen. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, diese Föten saugen Blut. Und wir zeigen Ihnen gleich mal, was Sache ist, oder? Ist das eine gute Idee? Mit dem stürmenden Bullen. Komm schon, Föten zermatschen. Oh, der Fötus blutet. Professor Chaos, was brauchst du dazu? Wähle ihr Schicksal. Ihr Schicksal ist ein Chaosmantel. Oh, toll. Jetzt haben wir ein Schild. No, 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 no. No, 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 no. Absolut. Haha, ein Fötus weniger. So, und der... Krieg auch noch mal einen stürmenden Bullen. So, da bin ich flexibel. Stürmender Bulle für alle. Bäm, bäm, bäm. Tschüss, scheiß Fötus. Oh, Nazi-Zombie-Föten. Das sind Nazi-Zombie-Föten, mein Freund. Oh, ich habe eine Aufwertung verfügbar. Das sehe ich ja jetzt erst. Wahrscheinlich schon seit zwei Stunden oder so. So, was haben wir hier? Bei wem war ich zuletzt? Geil. Im Angriff, so dass die Angriffe verringert wird. Mhm, mhm, mhm. Das Geräusch der Quetschen der Eier widert alle übrigen Feinde an. Sehr gut. Wir wollen die Leute anwidern. Guck mal, da oben sind Ratten. Nein, ich wollte nicht sein. Ich wollte, ich wollte schießen. Da, da glistert es. Okay. Alter. Ähm, Butters, das, das ist bereits zu spät. Das wird nichts mehr. So, aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, klein machen. Ja. So, guck mal, hier können wir die Mullbinde hochklettern. Und dann hier hoch. Und dann müssen wir dazu den Ratten. Nazi-Zombi-Ratten. Ihr seid des Todes. Gezücht. Ja, genau. Aufstampfen. Einfach so. Scheiße! Haha. Rammte Rattenplage. Butters, was sagt Professor Chaos dazu? Und bitte kein Chaos-Mantel. Macht die Penner fertig. Let's see how you like dealing with me. Wahaha. Rede, ihr Schicksal. Ein roter Hammer. Chaos-Hammer. Und sie sind weggegrillt. Das hast du gut gemacht, Butters. Dankeschön. Alles nehmen. Auch hier. Alles nehmen. Die ist ja niedlich. Guck dir mal die. Komm zurück. Komm zurück. Ratte. Oder Maus. Oh, wie niedlich. Guck dir die mal an. Quietsch. Quietsch. Hihi. Geil. Da habe ich ja nicht wieder zurück. Nur so aus Neugierde. Nee, da wie nicht. Dim, 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 dim. Oh, ist die süß. Mit dem Hut auf. Die möchte ich flöbeln. Wow. Alter, da unten ist ja die Hölle los. Haha. Krass. Alter, Schwede. Wie viele Föten haben die hier denn bloß abgetrieben, sag mal. Dass das so viele sind. Ja, das tun sie. Ah, hier wirken wir wieder raus. Hü, hüpf. Uah. Uah. Uh, no, not really. Alles nehmen. Achso, hatte ich schon. Ja, ja, gut. Was hast du denn da in der Hand? Wow. Uh, das war unschön. Okay, dürfen wir hier rein? Dürfen wir hinter lang? Und kommen... Fötuswami! Wir dürfen jetzt schon auch noch nicht lang. Irgendwo drauf schießen. Nee. Dö, 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 dö. Aber wir haben ja noch die Alien-Sonde. Die... ...transportiert uns... ...dahin. Drehen wir das Wasser ab. Dö, 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 dö. Und jetzt dürfen wir dahin. Ein Jesus-Lieb-Mich-Aufkleber. Und eine benutzte Spritze. Ähm... Dürfen wir denn hier... Ah, da dürfen wir drauf schießen. So, solange dann kriegen wir es hier. Rums! Tja, Kanone, da bist du im Arsch, wa? Schnell wieder runter hier. Pflück. Dann können wir uns ja auch wieder groß machen. Und dann furzen wir das Teil mal weg, wa? Ich hab mich schon wieder aus Versehen kleiner gemacht. Au! Na, wartet ihr, Mistviecher! Oh, warte, ich nehm mal einen Tempotrank. Nein, keine Beschwörung, einen Tempotrank. Oder, warte, ich kann mal eine Beschwörung einsetzen, oder? So, wen rufen wir immer? Mr. Hankey? Jesus? Mr. Sklave? Oder Mr. Kim? Wir rufen Jesus, komm! Hosenkranz, ruft Jesus herbei, der Feinde mit einem Hagel aus heiliger Munition von ihren Sünden befreit und Koscher-Schaden zufügt. Jesus? Töte diese Föten! Lock and load! Yeah! Hahaha! Geil! Haha, abgefahren! Nein, sie sind alle tot, Butters! Danke, Jesus! Jesus hat mich gerettet! Hä, ich wollte auch den Zweiten hier noch. Ah ja, da. Dankeschön. So, jetzt haben wir alles. Hm, wäre ziemlich kaputt. Ich glaube, wir sollten hier schleunigst verschwinden. Hm? Das ist es, das ist es! Die Ressentatung ist sicher! Code Green! Es ist nicht sicher! Er hat sich nicht sicher! Er hat sich nicht geöffnet. Es ist nicht geöffnet! Was ist das? Was ist das? Es ist nicht geöffnet? Du, du wirst nicht verstehen? Und Chloe Kardashian war in hier dieses Morgen. Sie hatte die größte Abortion, die ich noch nie gesehen habe. Oh Gott. Ach du Scheiße.